Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Erstberufsboxer, Berufsringer bin ich gewesen, ich habe als Schauermann gearbeitet, als Reiniger im Hafen, als Kettelklopper und bei der Stauerei, als Kellner, als Abkellner, wie man so schön sagt. Ich habe Schlachter gelernt, habe noch mehrere Jahre als Fleischträger gearbeitet. Es war insofern schön mit ihm loszugehen, weil egal was kam, egal wer hinter einem stand oder vor einem stand, keine Bedenken mit Norbert zusammen. Denn wenn es zu bunt wurde, es war echt so, dass Norbert sich umgedreht hat und dann gab es. Und nicht so knapp. Der Prinz war, obwohl er ja nicht direkt Beteiligter war, derartig klar und intelligent und gleichzeitig aber auch von einer Gefährlichkeit, die mich in Schrecken und Erstaunen gesetzt hat. Und ich sagte ihm, genau so etwas brauchen wir auch für den Film Strosche. Das braucht ja nicht immer gleich stauben. Aber diesmal kostet dich das 10 Mill. Siehst du, geht doch. Zwei nehmen rein. Bist du dich mal raushalten? Ich mach nichts mehr. Hier sind Gärten. Da schießt du mal mit Blumen. Die sind nicht böse. Gut. Schönes, scharfes Messer, ne? Wunderbar. Willst du das Petersilie haben? Nein. Die Würze sind da oben drin. Du hast doch ja auch erlebt. Aus der Schweiz ist er auch.